Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Das Institut der deutschen Wirtschaft IW zieht ein Jahr nach dem Beschluss des Konjunkturpakets zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eine gemischte Bilanz. Die Maßnahmen hätten laut einer Analyse des Instituts weit weniger Durchschlagskraft als versprochen. Das schreibt das Magazin Fokus. Einzelne Maßnahmen des Pakets hätten zwar durchaus die erhoffte Wirkung gezeigt, andere Hilfen jedoch hätten ihr Ziel verfehlt. Dabei begrüßte das IW die zeitliche Begrenzung der Mehrwertsteuerabsenkung. Andernfalls hätten Konsumenten geplante Ausgaben womöglich nicht vorgezogen oder spontane Ausgaben nicht getätigt. Andererseits kurbelte die Steuersenkung den Konsum zwar an, aufgrund der Geschäftsschließungen profitierte insbesondere der Versandhandel, nicht jedoch der stationäre Einzelhandel. Auch der Kinderbonus stützte demnach den Konsum im zweiten Halbjahr. 61 Prozent der Empfänger wollten den Bonus ganz oder teilweise ausgeben, wie eine Studie des IW ergab. Durchschnittlich kam der Wirtschaft demnach 128 Euro pro ausgezahlten Kinderbonus zugute. Eine positive Bilanz zogen die Experten bezüglich der verbesserten Verlustverrechnung für Unternehmen für die Jahre 2020 und 2021. Diese Maßnahme sei sehr zielgenau, da sie Unternehmen stütze, die von der Krise betroffen seien. Die Maßnahme hätte deshalb aber großzügiger ausgestaltet werden sollen, kritisierten die Experten. Rund 40 Prozent des Konjunkturpakets waren für Investitionen in sogenannte Zukunftsausgaben wie grünen Wasserstoff oder Digitalisierung vorgesehen. Das sei in der Sache richtig, diene allerdings weniger zur akuten Krisenbekämpfung. Zukunftsorientierte Investitionen müssten ohnehin unabhängig von Konjunkturprogrammen und Notfallsituationen gestärkt werden, fordern die Experten. Das waren sie, die News bei Wirtschaft TV. Bis zum nächsten Mal.